Hallo liebes Publikum! HBK hier und ihr seht eine neue Folge von Let's Play! Super Mario 64, das letzte Mal sind wir in Gulliwagumba ziemlich weit gekommen. Haben ein paar Sterne gemacht und jetzt werden wir den letzten Stern in Gulliwagumba suchen und ich könnte fast davon ausgehen, dass dies die einzige Mission ist, die wir in dieser Folge machen. Also die 100 Münzen sammeln und gleichzeitig natürlich dann die 5 roten Münzen. Wie gesagt, der kleine Trick mit den Gumpers, dass man, wenn sie groß sind, auf sie stampft und eine blaue Münze bekommt, ist für die 100 Münzen Mission eine ziemliche Bereicherung, denn dadurch ist es wesentlich einfacher, die 100 Münzen voll zu kriegen. Und zack! Ja, mach mal ein bisschen Baby-Mario, ist klar. Oh, Lucky-Tou. Der böse Lucky-Tou. Komm, Papa! Yo, das hat's vollgebracht. Lucky-Sharkooper! Wow! Der rennt einfach mal die Wand hoch. Was soll das? Ach, da ist er. Komm, gib mir deine blauen Münze. Dankeschön! Ja, Münzen sammeln for the winds. Oh, ein extra Leben. Ja, Shy Guy, komm her! Komm at me, Bro! Zack! So, okay, und schon haben wir ein Viertel der Münzen gesammelt. Sieht doch schon mal gar nicht so verkehrt aus. Und was mache ich hier denn eigentlich? Spiel hier mit der Kamera irgendwie rum, was gar nicht notwendig ist. Mit der Kanone müssen wir gleich noch fliegen. Hier seht ihr, die Kanone ist offen. Und noch ein Shy Guy. Aber ich möchte erstmal halbwegs die Münzen einsammeln. Gumpa, komm her! Komm her, komm her, komm her, komm her! Komm at me, Bro! Komm her! Komm her! Das Timing bei den Gumpas muss auch stimmen, weil wenn man die vorher schon platt macht, dann, ja, bevor man überhaupt die Stampfattacke richtig ausführt. Hier ist, glaube ich, eine Luftströmung, genau. Und da kommt man hier so hin. Hier ist eine Kiste mit Münzen drin. Hey, das ist nur ein Extra Life. Das kann man auch getrost übersehen. Also weglassen, meine ich. Dann sammeln wir hier die Münzen ein. Dann müsste hier noch ein Gumpa sein, genau. Der ist platt. Dann waren hier auf dem Weg überall noch Münzen. Genau. Ja, vom Kugeln treffen lassen kann ich mich hier anscheinend am besten. In diesem Let's Play. Besonders, wenn ich gerade springe. Und denke, oh ja, das schaffst du schon. Aber nicht mit mir Kugeln, jetzt bin ich über mich drüber gehüpft. So, hier ist noch ein Gumpa. Komm her. Komm her. Komm her, süßer. So. Hier, von dem kriegen wir ja auch nochmal, ich glaube, sechs Münzen oder was das waren. Erstmal soll er versuchen, mich zu bekommen. Und dann wird er auf dem Boden geschmettert. Na, fünf Münzen. Sechs macht auch wenig Sinn. Ist so eine komische gerade Zahl. Weil dann müssen es immer nur ungerade Zahlen sein. Hier sieht man ja auch. Fünf Münzen. Nicht mehr, nicht weniger. Ich weiß gar nicht, waren hier oben jetzt noch irgendwelche Münzen? Nö. Ein Weg vollkommen umsonst. Wuhu. Und wie euch vielleicht auch aufgefallen ist, wir sind bisher noch keiner einzigen roten Münze begegnet. Ist kein Problem. Okay, ich wollte eigentlich auf dem Grün landen und habe nicht gesehen, dass das so weit weg ist. Mario sah gerade wieder so ein bisschen retro aus. Naja. Lucky 2, hau mal ab. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn man das Ding hier einstampft. Ob da irgendwas bei Ruhe kommt. Nicht wirklich, es macht nur ein komisches Geräusch. So, dann würde ich es sagen, aber suchen wir uns mal eine Röhre, wo ich mich dann auch groß machen kann. Oh oh. Der Fisch ist mies. Den kennen wir... Kennen wir den schon? Ich weiß nicht. Das ist ein Fisch, der kann euch mit einem Mal verschlingen. Dann seid ihr sofort instant tot. Nicht gut. Naja. Gar nicht gut. Von daher ab in die Kanone. Ich weiß, ich habe gesagt, wir brauchen die Kanone erst später, aber mir ist das jetzt scheißegal. So, hier, diesen Baum. Na gut, aber so sind wir zu einem anderen Gumpa gekommen. Hier, guck mich an, süßer. So, zack. Warum nenne ich die jetzt die ganze Zeit süßer? Ich habe keine Ahnung. Nein, no homo. Falls jetzt einige schon wieder angefangen haben. So zu denken. Wunderbar. Der hat ein Mädchen geküsst. Der ist ja voll schwul. Hahaha. Oh man. So, dann nochmal in die Kanone. Und ab auf dem, da ist ja, ist da noch ein Baum? Ne, das ist einfach nur grün. Warum lerne ich nicht aus Fehlern und mache das nicht gleich mal ein bisschen höher? Ah, ich habe mich echt schon wieder irgendeinen Abgrund runterfallen sehen. Ich muss da irgendwo an eine Röhre kommen. Ich weiß gerade gar nicht, wie, wo ich da langen muss. Na gut, ich müsste mich theoretisch einfach nur darüber katapulten. Das war wieder nix. Ach, was mache ich denn hier gerade? Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, von dem Fisch, da wollt ihr schnell weg. Der ist nicht freundlich gesinnt. Ich möchte jetzt am liebsten die 100 Münzen sammeln. Bevor ich überhaupt zu den roten Münzen komme. Weil die roten Münzen Mission ist nicht doll. Die ist nicht toll. So. Da kann man ganz leicht runterfallen. Selbst als erfahrener Spieler. Da wisst ihr, dass ich eigentlich jede Gelegenheit mitnehme, die es gibt runterzufallen. Auch unbeabsichtigt. Nehme ich da, der Eingang. Da geht es zu den roten Münzen. Und natürlich falle ich hier wieder runter. Ist ja natürlich klar, ey. Langsam ist echt. Ne, komm, dann gehen wir hier so. Wie gesagt, ich muss ja erstmal noch die restlichen Münzen sammeln. So, here we go. Genau. Zack. Suchen wir uns eine Röhre und sammeln als großer Mario ein paar Münzen ein, die wir so noch nicht eingesammelt haben. Genau. Rennen nochmal noch dagegen. Ey, die Kompass hier sind tödlich. So, aber jetzt sind wir groß und jetzt sind wir hier und jetzt können wir hier Münzen einsammeln. Ja, du solltest die Münze da oben haben und nicht einfach gegen diese Balken rennen. So, 83, 84, 85, 1180. Wenigstens noch die Münzen reihe eingesammelt. 93, so. Dann wird es hier sicher noch irgendwo eine Münzen reihe geben oder so. Vielleicht nicht gerade eine Reihe, aber es sind immerhin ein paar Münzen. Und selbst als großer Mario können wir diesen Kugeln nicht ausweichen. Dann machen wir uns hier mal wieder klein. Und machen wir uns auf zu den roten Münzen. Dam, dam, dam. Das war klar. Oh ja, hier sind ja noch zwei Gumpas, genau. Das bedeutet, im Klartext, das waren die hundert Münzen auf jeden Fall. Here we go. Jo. Und damit sind wir schon mal jedenfalls diese Mission los. Nein, Kulio? Nee. Da ist bestimmt nicht Kulio, aber ich nenne ihn jetzt einfach, weil er eine Sonnenbrille aufhat. So. Den hundert Münzstern haben wir auf jeden Fall schon mal eingesammelt. Yay. Ich weiß, es ist für euch wahrscheinlich immer eine Quälerei zu sehen. Irgendwie, ja, wie lange braucht er denn für die hundert Münzen und so, aber mir egal. Ich habe gesagt, ich mache das hundert Prozent und jetzt werdet ihr dieses kleine bisschen, was ich hier mache, auch mitgucken. Wenn auch manchmal beschleunigt, wenn ich so wieder mal so einen Fail-Tag habe. Aber ich habe schon lange hier keinen Speed-Up mehr reingesetzt. Wop, 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 wop. Boah. Ja, und wenn ihr es hört, das ist Wiggler. Wiggler. Wie auch immer. Der da oben rennt, das war nämlich da, wo wir das letzte Mal waren. Und hier ist es wirklich ganz easy runterzufallen. Das bedeutet, da braucht es nicht viel dazu. Dann fangen wir jetzt mal auf der Wand an. Jetzt haben wir es jetzt mal auch gemacht. So, dann fangen wir mal auf der Wand an. Dann haben wir hier nämlich die fünfte. Ich habe gerade was gesehen. So, dann. Geht doch so. Hast du sowieso auf Nahperspektive geschalten, Lucky Tut. Mario, mach einen Wandsprung. Mario, mach mal Wandsprung. Das meinte ich mit, man kann hier ganz leicht runterfallen. Wenn man nämlich solche Sachen macht. Na, Mama Mia, Spaghetti. So, also wieder da hin. Und wenn alles, alle Stränge reißen und ich das jetzt nicht hinkriege, dann kommt eben ein Speed-Up hin. Werdet ihr jetzt sehen. So oder so kommentiere ich ja mal durch, falls ich es doch auf Anhieb schaffe. Im Endeffekt wird das dann eine Let's Fail-Folge auf der HPK, wenn das hier ein Speed-Up ist. Ist das nicht wunderbar? Nein. Deswegen kann es auch sein, dass diese Folge ein paar Minuten überzieht. Über die 15 Minuten. Bleibt mir von meiner Kanone weg. Wenn sie, also von That's What She Said gesehen aus, wenn deine Freundin sagt, bleib von meiner Kanone weg. Würde ich mir Gedanken machen. Als kleiner Tipp für jeden da draußen. So, zup, zack, wie auch immer. Flupp, so wollte ich eigentlich. So, jetzt sind wir wieder hier. So, zwei, drei, vier, fünf. Das wollte ich gerade nicht machen. Machst du das auch immer nur, wenn ich das nicht will. Wovor müssen wir noch hin? Da müssen wir hin. Ja, hier muss man viel Gebrauch von dem Zweisprung machen. Ein zweier Sprung. Oh, mein Gott. Für die 100 Münzen wäre hier noch so der blaue Switch gewesen. Nein, 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 nein. Gulliver Gumba abgeschlossen Und guck mal, Frostböllen Frust, Atlantis Aquaria, Fliegenpilz Fiasco und Gulliver Gumba abgeschlossen Das bedeutet, es bleiben jetzt genau noch zwei komplette Level übrig und ein kleineres Level Und der rote Münzstern in Bosas Schloss Damit haben wir dann die restlichen 16 Sterne Und zwar müssen wir jetzt hier hin Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge von Let's Play Super Mario 64 Ich bin HBK und ich würde mal sagen Tschüss, bis dann